hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ich habe roten rand so zurück zu einer weiteren folge league of legends placements und zwar heute wieder im jungle diesmal mit sejuani zum zweiten placement so du genau unser team mit die regierung so im mitte nicht schlecht und fresh of the bottle nicht schlecht was mir sorgen macht ist das gegnerin team so ein bisschen also hat ungefähr gleich viel sie wie ich der der mundo wird einfach nur ein fleischbrocken seien sie hat den outplay button und die die bot lane hier in front kommt also in führung ein bisschen lied bekommt und so weiter wird es richtig schön der vorteil ist vielleicht dass jinx die einzigste ad der einzigste adela auf der gegenüberliegenden seite ist sonst ist es als ap dudes wir haben eine gesunde mischung ap ap ad ad ja ich bin gespannt wie es wieso abläuft sejuani ich habe vor allem nicht 1 gehen ja ich bin gespannt ob wir da irgendwas machen können aber ich denke schon sejuani ist dann ist ein stronger jungler und von dem her alles gut mit wir haben aber der der menschen wissen besser aber das sollte nichts heißen die wölfe stecks auf den schön der match so dann machen wir das auch noch so ein pot und zum red buff eh noch nicht gelernt ja ach so was das gute ist die regia wird das ist gut zu denken sein weil die meine passive auslöst das ist auch geil die löst meine passiv aus und dem her ist das richtig nice so ich das schon mal und dann gehe ich back weil ich nicht mehr machen kann ein bisschen nur hp und dann denken wir mal top nämlich sagen das ist alles klar wir holen uns das da und das war geil hat keiner gesehen oder hat nicht gesehen jetzt aber jetzt will ich da ganken und wir gingen noch mal wir gingen einfach noch mal das ist kein blitz am on my way was checking something and i don't love them auto ich bin hier, da, da, unterwegs nice, nice, das war was cool gemacht so kann das doch ablaufen da kann ich nichts machen, ich laufe jetzt einfach mal unscheinbar hier über diese wand und mache meine raptoren und setze dann ein pinkwort ich glaube, obwohl die hat keinen mana da könnte man eigentlich was machen damit ich jetzt unter dem tower wir machen die wehe hoch von die damage her, das ist glaube ich die beste mal hier pink worden nice, good job finde ich, finde ich nice so, entspanntes game, kann ich mal sagen wir gehen gleich nochmal top lane ich geh jetzt back, hab mein jungler item, dann gehen wir top lane oh, die fighten haben sie alles klar haben sie alles klar good job bot dann komm ich nochmal top lane da war doch gerade einer, oder? ähm spender ich geh nochmal top lane jinx blitz heilen okay, kein blitz 5-0 steht das ist schon mal gut wenn wir die Irelia voranbringen, ist das überragend die push jetzt mittel, klar können wir in den tower dreifen? warte, 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 ich bin da ich bin da gut aber nicht schlecht das war mal einfach der tower ich war auch mal wir sind zwar nicht die beste kommen, um den tower zu machen aber auch nicht nur noch viel damage aber komm nice junge ja lass doch die wave so jetzt komm nice so kannst du laufen so und nicht anders so 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 Amomo Amomo na guck, auf jeden Fall fehlt mein Fehler naja raptorn red buff und dann können wir ja, mal gucken läuft auf jeden Fall gut Was hab ich Ulti? Das ist echt nice. Nein, ich hab das Ding nicht mehr getroffen. Das war bad, 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 bad. Das brauchen wir uns eigentlich nicht, wir holen uns. Nein mein Gott, was mach ich hier? Das ist nicht schlecht, das können wir uns auch hier holen. Das war not good, not good. Wir haben zu lange gebraucht, um den Momo... Vor allem, dass die Ulti nicht getroffen hat. Ha, mein Gott, dass die Ulti eh nicht getroffen hat. Das war richtig scheiße. Jetzt stebt Brand wieder ein bisschen im Game. Aber wir haben hier noch eine Grelia von dem her. Alles gut. Ich bin unterwegs. Spotlane. Komm jetzt hin. Aber ich glaube kein Schuss. Äh. Topjet. Und wir haben hier. Lieb. Lieb. Welche. Lieb suchen wir viele vor demlaufen хочешь. Lieb. was so ja die die rasiert die regler das habe ich richtig gemacht so kann man so kommt so macht man das alte game läuft fast genauso wie das erste auch richtig geil will sich zu mich zu früh freuen aber vielleicht ja vielleicht wird es ja was richtig geiles die empfehlen die maske das war jetzt an laké aber 712 jeter 734 in der elften mit der zwölften minute also alles gut alles gut die ehe ja weg ich geh zumindest weg und war oder was also habe ich genommen Egal, wir nehmen den TREK 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 Die zweite Instanz hat nicht getroffen, richtig geil Geil Alter, die Sorry, macht die im Alleingang Der hätte ich jetzt nicht ausgedrückt Egal Ja Der Damage from, weil sie gefielde ist Auch nicht schlecht, so Ja Ja Der Einzige, der gut steht, ist der Bryant 4-4-0 Auch nicht schlecht Äh Ja Oh Also ich denke, die Jinx wird groß, keine Gefahr mehr werden Weil die springt einfach an Okay Ah, die, die, die Telefon- Alles klar, ich bin rein Nice Nice Aaaaah Aaaaah Das war überragend Den Fighter hätten wir nicht nehmen sollen Also den hier Hier Da waren wir einfach zu geklumpft und wir waren zu wenig Also die haben halt Hier, wir haben halt hier mit dem dem Brand Damage mit dem Ammo Damage Und der sind Leute mit viel Aue Ja Wenn er die ganze neben dir steht, hat er auch Aue Aber Ja Aber an sich An sich War es jetzt nicht schlecht Das am Ende hätte es nicht sein müssen Das war nur big von mir Aber Ja Läuft 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 gut Ich bin ein bisschen langsamer, hab ich so das Gefühl Naja Jetzt werde ich Ich werde einfach tanky Wenn wir nicht Zoe Ah Zoe Reni Toad Wie ist er gut Toad Komm doch Komm doch Komm doch Komm doch Komm doch Geht Wann inker Seien ALL Frau Ja Wann Ich kuper Ja Ich ja ich hab nichts ja komm mach es ja ich werde allein gelass wir verlieren das kopf oh die Zoe nice nice dude die Zoe nice und den hast du auch noch hast du auch noch nice Zoe alter so Zoe good job äh gegen die Jacks brauche ich brauche ich ein bisschen Magierassistenz äh mein Gott Rüstung weil die mich bummst sowas von ja aber ja es ist nicht das was ich mir vorgestellt hab aber ja die Team die Teamfighter die halt richtig stark und wir sind in der Teamfighter die wir grad angefangen haben also von dem her jetzt machen die schon wieder was da wir sind zu zweit und sterben schon wieder ja crash ihr seid zu zweit gegen fünf oder vier oder was auch immer das war das war einfach zu viel das war halt einfach zu viel die sind immer geklummt nein ja Nein, nein, nein. Das ist ein schlechter Fall. Das ist ein schlechter Fall. Wir getten jetzt hier den Tower. Meine Ulti habe ich total, total versaut. Das war total schlecht. Komm, wir machen wir zu zweit. Ich habe dich im Early vorangebracht. Ich werde darauf zu fighten. Ja, mein kleiner Poro. Mein kleiner Poro. Oh, süß. 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 So. Also wir haben einmal das da und einmal das da. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Rüstung hier. Wie machen wir das am geschickten? Ja, ich muss halt meine Ulti entweder auf Jinx, Brand oder Syndra treffen. Da muss halt jemand followen. Das ist halt der Punkt. Ähm. Wir haben zwei... Ne, noch ein Bergdrache. Was machst du da? Tipps okay. So, hier sind keine... Oh, doch hier ist nur noch. Ich bin hier im Grund. Ich bin wahrscheinlich... Da geht's mir. Ja, ich bin hier. Null die ist wieder irgendwo gelandet wo sie nicht hin sollte nicht gut keine wo die red mit sich glücklich macht so die holen jetzt zu retten 28 sekunden wiederholt nice ich hab die Jigs, wenn ich die Klicke nice, so läuft das doch schönes Ding die schönes Ding das war wundervoll gebläht von allen ich hab die Jigs erwischt perfekt na komm, tritt die ja komm ich leg die ab ich hätte da sein hätte da bleiben sollen ah wir werden einfach zu Overstate wir hätten weggehen sollen aber egal wir haben das von mir auch nicht schlecht ja, es war Bale wieder von mir ich mach halt wieder ich mach halt wieder so'n Scheiß ja, aber egal es ist jetzt nicht so dramatisch die stehen halt alle nicht gut außer Dead Brain, der steht gut die Jigs macht halt trotzdem Damage ja, du 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 stirb er tauer dich alle das ist ein Mundo der tauer darf dich halt einfach ne nur das ist hier wieder a single miss jeez wenn dann halt nicht so, dann kriegt er halt die Ulti so so weit sicher wie ich bin komm mal ne weise lebensregie sollte ich eigentlich in den Falle aber ich muss back aber nice, die haben das die Mauer ein äh, die haben ein Top-Toucher stimmt stimmt da war was nice, 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 nice nice, die tun uns auch ohne mich also von dem her ja die 17 57 sorry und die 13 58 äh, äh, die machen's halt auch nicht schlecht ja, wie gesagt, der Mundo ist einfach nur vielleicht oh, ich höre die die Jigs steht halt hinter dem Ding äh äh ich bin geflasht oh ok, wir sind back leu ich hab mich geopfert für dich das kann ich nicht machen das da wurde getötet ja ja wie in langsamen Alter, was ist das in langsamen Schritten gehen wir auf diesen auf ihren Nexus zu ja, wir waren halt wieder in Unterzahl aber ja die Trade kann man sichern ETF-Ostow-Sams ja auch nicht schlecht ja wir haben jetzt noch einen Tower die jetzt noch stehen zwei Nelips und den fast die im ersten Game wir haben fast alle 11 Tower zerstört ja, ja, mach mal den Drake der ist gut der ist gut schön, also so wie es aussieht äh, sieht's bis jetzt gut aus also ich glaub's so gut sind die Placements noch nie gestartet bei mir auf also in keinem Ding überhaupt nirgends glaub ich das ist schon echt krass so was ich mal den den Tray jetzt können wir ganze Spend alle 5 jetzt wird top nein, top den brauchen wir nicht teuer das war ja einfach nur ein Schmankerl wenn wir das kriegen würden so wartet auf Zoe wir pushen einfach den Inhip den Inhip ja, das ist mein Plan alles klar super dreifach Tötung nochmal alles schön gemacht Hammer easy nice going schönes Ding GG ja, so ich gehe nice finde ich geil nice to smurf jetzt smurf nicht dann bedanke ich mich fürs zuschauen und sag tschau bis zum nächsten Mal